So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses, der Dicke, eine neue Folge. Ramses Kitchen, hä? Eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Das ist die erste Raid am Mittwoch Folge nach dem Geburtstagswochenende. Vielleicht sieht man hier meinen Haaransatz. Da ist ein bisschen weiß, da ist ein bisschen braun das Gesicht. Sieht halt richtig komisch aus. Ansonsten, Solmecke-Frisur ist am Start. Es ist halt wirklich, deswegen habe ich immer ein Käppi auf. Bruder, verstehst? Heute Abend ist noch die Raid-Stunde. Die Raid-Mania mit Riggi Eleki. Die erste Raid-Mania mit Riggi Eleki. 18 bis 19 Uhr sind also 5er-Raids von Riggi Eleki an jeder Arena normalerweise. Ihr könnt mich einladen, wenn ihr mit mir befreundet seid. Die ersten 5 kann ich annehmen. Kann mit denen dann ein Raid machen. Die können Raid-Mania-Punkte verdienen. Ich finde das Pokémon eigentlich mega genial. Von der Farbe her, vom Design her, wie das so rumhüpft, das macht Spaß. Das Fangen ist immer ein bisschen schwierig, weil das halt so zappelig ist. Trotzdem habe ich Bock auf die Raid-Mania. Heute Abend auch wieder Wrestling. Und jetzt natürlich die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei der Genaya mit einem schönen Samyang-Foto. Das hat zwar nichts mit Pokémon Go zu tun, aber gefühlt immer, wenn irgendjemand irgendwo mir ein Samyang-Foto schickt, muss ich das unbedingt abscreenen und mit Raid am Mittwoch, ja, bei Raid am Mittwoch mit reinpacken. 2,22 Euro für ein einzelnes Bäckchen. Ist das teuer? Ist das brutal? Was sagt ihr dazu? Was habt ihr für Preise? Excavator hat auch welche gesehen. Im Fünferpack und sogar die Cups. Das ist sehr schön. Wir brauchen mehr Samyang-Fotos. Dann bin ich mit Zelda Glücksfreund geworden. Da haben wir noch nicht getauscht. Da müssen wir noch was machen. Nick hat sich jetzt auch endlich mal Samyang-Nudeln bestellt. Viel Spaß damit. Gleich die Too Spicy am Anfang zu Beginn. Machste. Ich glaube, wenn du nämlich die normalen nimmst und die sind dir zu scharf, dann wirst du nie wieder Samyang essen. Also nehm direkt Too Spicy und hab gleich die volle Breitseite. Beer Betty bin ich auch Glücksfreund geworden. Haben auch schon getauscht. Der hat sogar am selben Tag Geburtstag wie ich, das müsst ihr euch mal vorstellen, am 16. Juli, am 16.7. Auch passend dazu ein Bild vom NetGhost und Ramses B-Day. Alles Gute zum Geburtstag, vor allem Gesundheit dir und deiner Familie. Das war aber am Sonntag. Dandro, auch Glücksfreund geworden, haben auch schon getauscht. Dann der Lenzer hat in der Raid-Stunde, war was Gutes dabei. 100% Lavados. Jetzt hat der Main wieder mehr Raid, 100% als der Kleine. Normalerweise räumt der Kleine ab, der Große hat immer Pech. Jetzt hat er hier ein paar Sachen mitgenommen. Da steht Ramses dran und das ist cool. Das ist nämlich das einzigste mit Namen. Aber das ist das Lugia. Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Brainy Stender, hier mit einem shiny Zickzacks. Alexander Ahringer, Daniel Schilling gefunden. Der sucht den ja immer. Ja, 1, 2, 3-Kid. Auch Glücksfreund geworden. Weiterhin tausche ich natürlich immer Anego. Also ich möchte Anego. Was ihr wollt, ist egal. Aber ich möchte Anego, bis das 100er da ist. T-Tomic, auch Glücksfreund geworden. Hinterher. Hat sich auch schon gemeldet. Mal gucken, ob vielleicht das nächste Anego ein T-Nego ist. Als 100%iges, weil es vom T-Tomic kommt. Borki. Hier auch mal ein Meme für Raid am Mittwoch. Sieh, du riechst so unfassbar gut. Was ist dein Geheimnis? Mein Geheimnis? Bübchen Shampoo und Duschgel. Pokémon. Ich glaube, das habe ich sogar da. Das mit Shiggy drauf. Und noch ein gelbes mit Pikachu drauf. Aber das Problem ist, ich bin zwar der Bubi, aber ich benutze ja kein Duschgel. Also wenn ich mal den McDonalds Duschgel Test mache. Vom McFlurry Duschgel. Dann ja, aber das sitzt mittlerweile auch leer. Ich glaube übrigens, das hat jemand gegessen, weil ich habe das nur zweimal benutzt und dann war das auf einmal leer. Also irgendjemand hat zwischendurch das einfach gegessen. Borki ist sogar so glücklich und duftet so gut. Mit dem habe ich gestern ein paar Koalas getauscht und habe dann jetzt meinen Lucky Decks Eintrag vom Koala Bären bekommen, vom Koalilu. Was ist euer bestes Koalilu, was ihr habt? Habt ihr schon ein 100%iges? Habt ihr schon ein glückliches Koalilu? Wie findet ihr das Pokémon? Es schläft, es ist eigentlich total süß und ich habe gesehen, das kommt ja auf fast 4.000 WP. Falls ich mich nicht verguckt habe, 3.900 irgendwas. Pogahander hier, 100er Loturzel mitgenommen. Knilz in Shiny, Bummels Shiny, Bummelhof Shiny, Biditsa Shiny, ist gerade auf dem Boden geplatscht. Timo, die beiden haben für mich einen viel höheren emotionalen Wert als sämtliche Hundos und Schundos im letzten Monat. Er muss ja auch, denn die meisten Hundos und Schundos, die er so hatte, die kamen ja von sonst woher, über diverse Apps, so wie das ausgesehen hat. Und die sind ja live vor Ort zusammen mit der Community am Geburtstag und so weiter errated worden. Zwei Rigi Eleki vom Geburtstagswochenende in Person mit anderen Spielern. Das ist Pokémon Go, so soll das sein. Und das ist eben ein ganz anderes Feeling auch, als wenn man immer alleine für sich spülen spülen muss. Spülen also immer zusammen, dann wird mehr Geschirr trocken als sauberweilig. Ich weiß nicht, ob ich dir den schon mal geschickt habe, aber jetzt ist er auf Level 50. Shiny Cesurio. Timo hat so viel Langeweile, der pusht einfach alles auf 50. Der muss Max Out Money Videos machen, wenn die Leute sagen, push mal ein Shiny Cesurio. Ich würde wieder sagen, nee, nur Hunder da. Und wenn ich XL hab und Timo, der pusht halt einfach alles. Kaiser Kai ist mein erstes legendäres Hunder da. Und ist auch lustig, das erste Hunder da legendäre, bei meiner Schwester war ein Kabotoro. Er hat hier ein auch mit Mystical Black sogar getauscht, ein Shiny 100% Kabokime Glücks-Pokémon bekommen und das im allerersten Glückstausch, den er mit Kabokime überhaupt gemacht hat. Richtig genial. Kabokime fehlt mir als Hunder da. Kabotoro fehlt mir als Hunder da. Kaburiki fehlt mir als Hunder da. Muss ich jetzt auch immer über die Tauschfunktion dann erwirken. Dann hat er hier Zugokex als 100%. Gulpix als Hunder da erlöst. Luturzel als Shiny mitgenommen. Ich finde das so hässlich. Vor allem mit dieser Shiny-Farbe ist es noch hässlicher. Am liebsten hätte ich es gar nicht mit reingenommen, aber trotzdem, wir haben nicht so viele Einsendungen gehabt. Eigentlich wollte ich immer die 100 besten Bilder. Wir haben nur, glaube ich, dann 80 gehabt, nachher aussortieren. Vielleicht war es für Mittwoch. Schönen Abend. Erlöstes, hunderte Griffel, Rihon 100%, einmal klein und jetzt gleich in der ausgewachsenen Version. Wenn sie beide entwickelt sind, sind ja beides Sino-Entwicklungen, die den Sino-Stein benötigen. Das Ganze hier von Brutalinho. Dann aber Tiso. Die hat den Shiggy Showcase mitgemacht, hat dreimal Platz 1 geholt und sogar den Relaxo Showcase und zweimal Platz 1 geholt. Das ist sehr cool. Ich habe weder den Shiggy Showcase noch den Relaxo Showcase. Also den Shiggy Showcase habe ich nicht gehabt, weil ich einer von denen war, die das nicht sehen konnten. Den Relaxo Showcase habe ich nur gesehen am letzten Geburtstagstag. Dass da ein Zeichen an einem Stopp war. Wir saßen aber da alle irgendwo zusammen und das war weiter weg. Dann habe ich gedacht, cool, ich sehe es jetzt auch. Kannst ja die Tage mal gucken. Und am nächsten Tag war aber schon die Auswertung und so kam ich auch bei Relaxo nicht mehr mit rein. Ich habe also noch keinen einzigen Showcase gemacht. Dann hat sie noch einen Relaxo in Shiny bekommen. Das ist auch immer schön. Relaxo als sehr cooles Pokémon. Felino in Shiny hinterher. 100% Staralili mitgenommen. Das Event war nicht schlecht. Alexander Ahringer hat schon wieder Daniel Schilling gefunden für Reda Mittwoch. Der sucht den nur extra immer für euch. Tobi Gott King Taidon. Mein erstes Shiny von Barsch war. War auch das, was den allerersten Forschungstag hatte. Und jeder sich beschwert hat, weil er so eine extrem miese Shiny-Rate hatte. Der schlechteste Quest Day, den es je gab. Begrenzte Forschung mit Barsch war. War ein Desaster. Jetzt mittlerweile findet man die halt so zwischendurch. und freut sich vielleicht, wenn man damals eines verpasst hat. Endlich auch mal den Feuervogel gefangen. Immer noch Gott King Taidon hier. Lavados mitgenommen. Richtig krass. Und vor allem Level 1. Da würde sich der Pennerbeutel wieder freuen. Noch 100% Emolga aus dem Ei gebrütet. plus Shiny-Rihorn. Es war ja gestern die Rihorn-Rampenlichtstunde. Dann haben wir noch die zwei Shiny gab es auch noch. Fivien und Somniam. Solmecke. Nennt euer Somniam einfach Solmecke und dann wisst ihr Bescheid. Sarina, wenigstens etwas einzureichen. So richtig Bock und Kraft auf das Game habe ich nämlich momentan nicht wirklich. 100er Monozyto. Shiny, Gladiantri, du weißt, entwickeln und direkt auf 50 pushen. Also das Shiny. weil egal wie die IV sind, Timo macht solche Sachen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft. Ich sage nochmal, ich finde es richtig stark, dass du dabei warst an dem Geburtstagswochenende. Sarina ist ja so ein bisschen im Hintergrund. Von jedem weiß man ungefähr, wie die Schnauze aussieht. Sarina hat man nie gesehen. Hat immer nur so ein bisschen zack, war aber immer präsent und immer da und hat sich überwunden. Ist dahergekommen, auch wenn das für sie ein großer, schwerer Schritt war. Wurde aber von der Community, von den Leuten, die da waren, mit offenen Armen empfangen. Die haben alle einfach gut miteinander sympathisiert, harmoniert hin und her. Das war richtig stark. Meg Maggie, zwei Shinies, nämlich die Rihorns. Aus der Rampenlichtstunde dann ein hunderter Rihorn noch mitgenommen. Plus ein Shiny Barmelin. Andi Vorbeck, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, dass du uns weiter mit interessanten Content beglückst und weiterhin so bleibst, wie du bist und natürlich gesund bleibst. Und das soll merke Friseurkömmer vielleicht irgendwann nochmal was ändern, aber das passt eigentlich mit dem Hemd. Passt das ja wieder sehr gut. Sehr erfolgreiche Rampenlichtstunde, beides brauchte ich noch. Shiny und hunderter auch hier mitgenommen. Das Erdnuss hat ein Purmel in 100% am 16.7. bekommen, also an meinem Geburtstag, aber auch am 14.7. ein Purmel bekommen. Dann noch ein Shiny Pampam, was ich euch auch nochmal groß hier zeige, weil das ist das letzte Shiny, was eingeführt wurde in den 12km-Eiern ist relativ selten. Das ist das zweite Shiny Pampam, was ich jetzt überhaupt erstmal sehe. Das erste war ein 100%iges Shiny Pampam. Das war mal Schocker der Woche und das hier ist das zweite. Und natürlich noch ein Shiny Lavados, Zapdos, steht ja sogar da, man müsste es immer vorlesen, aber was steht sonst da? Perfekt, 200% Purmel in einer Woche und auch noch beide aus verschiedenen Regionen. Das Zapdos kam dann nochmal bei Raids für Zuschauer oder bei Raid Mania. Ich denke mal Raid Mania, weil er eingeladen hat und wir zusammen den Raid gemacht haben und dann er ein Shiny bekommen hat aus dem gemeinsamen Raid oder so. Das hat mir noch gefehlt. Danke nochmal, dass du dieses Format machst, sonst könnte ich mir so viele, sonst könnte ich nicht nicht so viele Raids machen. Aber Raid am Mittwoch hat ja nichts mit Raids zu tun. Vielleicht meinen der doch Raids für Zuschauer und nicht die Raid Mania. Es ist Raid am Mittwoch. Also es ist auf jeden Fall Moritz mit dem Absol. Das ist Moritz. Und dann hier ein Knacksel. Das hätte ich aber eigentlich gar nicht mitnehmen dürfen, weil es ist ja ein Z-Day-Pokémon. Es ist vom 6.6.21. Das ist über zwei Jahre alt oder hast du dir das jetzt gerade rübergetauscht und deswegen ist es frisch. Paco, Kleinstein, Shiny, Zickzacks, Shiny, Pellizza, Shiny, Marionior, also von Mario, Rihonior, 100%. Wohlgetauscht, Traumato-Shiny, Bubbles-Shiny, Sneeble-Shiny, Driftlonshiny, Warblue, 100%. Dann Genaya, Zickzacks und Knills sowie ein Zapdos noch mitgenommen. Den habe ich durch ein Raid von dir bekommen. Ist schon etwas her. Trotzdem zählt, gebrütet, 100%. Garnoville kann man ja auch momentan nur aus Eiern bekommen. Baby, es ist, eigentlich ist es kein Baby, aber es sieht aus wie ein Baby. Es ist halt ein Garnoville. Das ist sehr cool. Dann noch Ladybar aus der Feldforschung in 100% mitgenommen. Margot FedEx mit dem eigentlichen Schocker der Woche. Macht er hier wirklich einen Krypto Arctos Duo Raid. Obwohl, wenn es Leute gab, die den sofort gemacht haben, ohne Einsatz von Edelsteinen, dann kann man ihn vielleicht ja mit Edelstein natürlich dann auch zu dritt oder zu zweit schaffen. Das ist auf jeden Fall krass. Und hier seht ihr auch, Heatran mit Lavasturm ist wohl jetzt einfach ein mächtiges Biest, eine heftige Maschine. Deswegen habe ich den ja auch am Montag bei Max Out Monday jetzt rückwirkend noch gemaxst, das 100er, was ich hatte und diese Attacke drauf gezimmert. Dann hat er hier noch einen Shiny Krypto Kleinstein mitgenommen, auch vom Rocket Boss Siren mit dem Onyx aus der Quest. Hat ja eine erhöhte Shiny-Rate, dieses Onyx. Man freut sich trotzdem immer wieder, wenn man so einen Wurm sieht. Ich warte noch auf das Onyx-Baby. Das wäre richtig toll. Ein paar Zellalfotos. 44 Stück waren es diesmal. Das sind die Shinies, die man sieht, worauf man sich freut, die richtig toll sind. Und dann sieht man Shinies, wo man sich denkt, äh, weil du siehst einfach gar keinen Unterschied. Es ist halt einfach nur, äh. Dann ein Foto für die Shinaya. I wish to be irresistible to man. Äh. Pff. Und dann ist sie ein Aquaner. Sie wollte unwiderstehlich sein für Männer, ne. Dass alle sie toll und süß und total finden. Und dann ist es halt einfach ein Aquaner. Warum aber ausgerechnet Aquaner? Wieso nicht zum Beispiel Felinare? Wieso nicht Foli Purba? Die sehen doch eigentlich auch alle süß aus, so. Dann Haspiror. Shiny mitgenommen, Zipurze. Shiny mitgenommen. Ich kann in die Zukunft sehen. Interessant. Wann hat das angefangen? Nächsten Donnerstag. Denkt mal drüber nach. Nicht jetzt, Pfeffi. Ich muss arbeiten. Man kennt das. Am Geburtstag gab es ja auch Pfeffi. Anders hat eine Flasche Pfeffi mitgebracht. Die haben wir aber vor dem Geburtstag schon getrunken. Äh, Sarina hat eine Flasche Pfeffi mitgebracht. Ich habe ihn jetzt an dem Geburtstag getrunken. Heimlich, sodass das der Stefan Land eigentlich mitbekommen hat. Äh, dann Zellal nochmal hier die Mischung aus Wablo und Felino. Sieht dann so aus. Wasserflug. Das passt. Das muss rein. Zellal zeigt uns, dass Evoli, was guckt wie der Balli, was den Ball, äh, entkommen möchte und davon läuft, was sich dann klont. Und am Ende ist es trotzdem nur ein Zubiris mit Evoli-Kostüm oder was? Was ist da denn schon wieder los? Hunderte Flunschläge noch aus dem Siebenkilometer-Ei gebrütet. Felino von Kaiser Kai wusste nicht mal, dass es den in Shiny gibt. Elke beim Kai-Zi-Account Hunderte Amonitas, Shiny Fivien, Shiny Spoink, Shiny Benizza, dann auf ihrem richtigen Account Shiny Zick Zacks, Shiny Teddy Ursa, Felino, Kanimania, äh, Kanimani, Kanimania, Kanima, Kanimani, Kamani, Kanimani, zum Glück steht der Name immer mit da. Man muss sich immer so gefühlt in Zeit nur mit den Bilder rüberdingsen, weil durch dieses komische Kack-Programm es halt immer so schliert auf einmal, was früher nicht so war. Euch stört das nicht, Kai hat sich bis jetzt beschwert, mich stört das aber. Lavados-Duo mit nur Proto-Kiogre, Boss hatte Hitzewelle und Lavados-Duo nur mit Elektro-Pokémon im Duo, Boss hatte Feuersturm. Also, Hitzewelle, Feuersturm. Hier nur mit Kiogre und Hitzewelle, 78 Sekunden, hier Feuersturm, äh, Elektro-Pokémon, 39 Sekunden, genau, dann das Ganze nochmal im Duo mit Wasser-Pokémon. Proto-Kiogre war nur für den Wetterboost im Team, auch wieder Hitzewelle, diesmal 62 Sekunden über, und dann hat er Glück gehabt, bei Sierra 1, Shiny, Krypto, Aero-Kack-Sprühe mitgenommen. Mega-Logok, na gut, es war von Clip, steht auf jeden Fall oben drüber, war von Clip. Mega-Logok mit nur Proto-Grodon, Boss hatte Feuer, Feger, also Solo-Mega-Raid gemacht, Mega-Logok im Solo besiegt mit Proto-Kraudon, fertig, Kumulus, Relaxo, mitgenommen, Shiny, Best-Bit, also der Doktor-Best, mit Meisterball, Arctos gefangen. Das tut mir halt weh, das tut mir wirklich weh. Es ist vielleicht sein erstes Arctos davon, was er so hat, aber was ist es jetzt, wenn Labados und Zapdos kommen, du hast den Meisterball nicht mehr, und das sind doch drei, wieso ist Arctos wichtiger als die anderen? Und dann hast du ja die Möglichkeit, wieder einen Arctos zu fangen, dann lass die mal in die Raids kommen oder so. Ich hätte, weil man ja die immer bekommen kann und das nichts Besonderes ist, in dem Sinne, weil man es jederzeit immer bekommen kann, hätte ich das einfach nicht mit dem Meisterball gefangen. Ich persönlich, wie gesagt, Meisterball würde ich nur nehmen, wenn ich jetzt ein Raid gemacht habe und sehe, ich habe ein 100% legendäres Empfangbildschirm, habe alle Bälle verschossen, habe nur noch einen einzigen Ball übrig, dann würde ich vielleicht den Meisterball werfen, weil wie oft hast du denn schon mal ein 100% legendäres Empfangbild, wo du dann weißt, es ist ein 100% legendäres. Dann hast du vielleicht 18 Bälle und nach drei Bällen ist es drin. Kein Problem. Dann hast du vielleicht 18 Bälle, nach zehn Bällen ist es drin. Kein Problem. Aber wenn du wirklich 17 Bälle wirfst, es immer wieder rauskommt, du nur noch einen einzigen Ball hast, wer weiß, wie viele Raids du machen musst, bis dieses legendäres 100% wieder ankommt, dann lieber Meisterball. Feuerwehrfra hier noch mit dem Remoreit aus Waldbronn, Waldbronn, und Mario B. Ich hatte letzte Woche ein ähnliches Doppelglück wie du, war erst geschockt und dann mächtig Cappy, ich wünsche dir eine schöne Woche, beste Grüße hier, 100% Nibuna aus dem Tausch bekommen, genauso wie Rihon Yor. Das waren die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Paco, endlich, nach 1586 Rockets, mein erstes Krypto Hundo. Flemmli, Logok, ist okay, ist krass, hätte ich eine mega Entwicklung, aber würde ich natürlich nicht, würde ich natürlich nicht erlösen. Das ist ja schon 100% für die Sammlung, sehr cool und ist auch ein 100er Krypto, was ich zum Beispiel nicht habe, was glaube ich auch noch gar nicht so lange erhältlich ist und man haben kann. Für mich, das Schocker der Woche, finde ich cool, finde ich übersichtlich, habe ich jetzt so reingenommen. Könnt ihr wieder diskutieren, ob ihr eins von den Bildern besser fandet oder krasser fandet oder das Arctos Tuo oder den Schocker mit dem Arctos und dem Meisterball. Ansonsten sehen wir uns heute Abend wieder in der Raid Mania. Ich muss noch so viel schneiden und machen vor dem Geburtstagswochenende, vor den ganzen Tastings mit Hannes. Ich weiß noch gar nicht, wie ich die Woche plane, ob ich vielleicht die Pokémon-Videos ein bisschen hinten anstelle und mich erstmal auf diese ganzen Geburtstagssachen und Tastings und Dings konzentriere, dass das irgendwie schnellstmöglich abgearbeitet ist. Ansonsten, bis heute Abend, Raid Mania und zum nächsten Mal Peace out, Vorhaut, euer Ramses.